Von den Machern, von Enjoy Your Joint. Wie es wär'n, du wirst mir so fehlen. Und nun das nächste Meisterwerk. Vor acht Jahren fing alles hier an. Be ready for... Wer ist das nächste Kind? Ja genau, das ist unser Abifilm. Kauft die DVDs zu ihm die Läden, macht zu ordentlich Welle, teilt die Story, verbreitet ihn. Ich will ihn auf IMDb sehen. Und hier, du bist noch ein kleines Best of unserer Lieder. Sehr gut. Ich geh auf den Bau, und ihr kämpft mit Papierstab. Das sieht man mal wieder. Das Gummi bereitet einen einfachen, ich hab's echte Leben vor. Erfüllung liegt hier in der echten Welt. Erfüllung erzult, Er fang in Menze, Aula und Kellergang. Dann bist du am Whispel. Er baulern mit Grenzentechnik wieder am glänzend. Von mir kamen viele andere zum Abitur. Mein Abitur. Hä? Wieso liegt denn hier eigentlich Stroh? Und warum hast du eigentlich ne Maske auf? Jetzt haben wir endlich unsere Abitur, Abitur, Abitur. 16.07. Es ist und war der Film, auf den ich mich dieses Jahr am meisten gefreut habe. Auch er wurde das ein ums andere Mal verschoben aufgrund der Corona-Pandemie. Aber er ist nun der erste große Film, der wieder das Licht der Lichtspielhäuser...